Also, ja ich bin viel da, weil man einfach viele Sachen machen kann und interessante Leute hat. Am liebsten gehe ich in die Markthalle zum Mittagessen. Fantastisches Angebot. Und ja, es ist auch unkompliziert. Am Abend ist mein Lieblingsrestaurant bei meinem Bruder zuhause in der Wohnung, weil er wunderbar kocht und ich kann ja nicht zweimal am Tag in die Markthalle essen gehen. Bar, Zürich West, Revington & Sun, unten im Primetower. Ja, alle Läden in den Viaduktböcken sind eigentlich empfehlenswert. Zürich West bedeutet für mich jungsdynamisch Zürich. Und im Westnetz empfehle ich einfach quer durchlaufen und schauen, was man entdeckt. Merci, danke Adele. 69 Jahre Absolut Wie grants an die Markthalle Alsicher Über Kontext Grika うわ Manuel Hmm Quella